Olazimir Sassimowitsch ist ein ehemaliger weißrussischer Speerwerfer. Er vertrat sein Land bei folgenden leichtathletischen Großveranstaltungen. Zwei olympischen Spielen. 1996 in Atlanta und 2000 in Sydney. Fünf Leichtathletik-Weltmeisterschaften. 1991 in Tokio, 1993 in Stuttgart, 1995 in Göteborg, 1997 in Athen und 1999. 1990 in Sevilla, sowie zwei Leichtathletik-Europameisterschaften, 1994 in Helsinki und 1998 in Budapest. Eine Medaille konnte er jedoch nur bei seinem ersten internationalen Auftritt in Tokio gewinnen, wo er das Glück hatte, dass sein einziger gültiger Finalwurf bei 87,08 Meter landete, einer Weite, die ihm hinter den beiden Finnen Kimo Kinunen und Seppurieti die Bronze-Medaille eintrug. In den folgenden Jahren erreichte Sassimowitsch folgende Platzierungen. 1992 Finale des Weltcups in Havanna. Platz 3 mit 78,40 Meter hinter Jan Sileczny und Tom Petranoff. 1993 Stuttgart. Platz 7 mit 78,70 Meter. 1994 Helsinki. Platz 8 mit 78,88 Meter. 1995 Göteborg. Platz 13 mit 78,94 Meter. 1996 Atlanta. In der Qualifikation kein gültiger Versuch. 1997 Athen. Platz 16 mit 77,38 Meter. 1998 Budapest. Platz 13 mit 79,14 Meter. 1999 Sevilla. Platz 15 mit 80,18 Meter. 2000 Sydney. Platz 24 mit 78,04 Meter. Olazimir Sassimowitsch gewann vier Landesmeisterschaften. Eine für die Sowjetunion und drei für Weißrussland. Er hält mit 87,40 Meter, geworfen am 24. Juni 1995 in Kuortane, den Weißrussischen Rekord. 2004 wurde er für zwei Jahre gesperrt und beendete daraufhin seine Karriere.